Es ist vorbei. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. So, perfekt. Ach, guck mal, hier ist ein Feuerlöscher. Kommt ein bisschen spät, aber ich lösche dich trotzdem mal. Man weiß ja nie. Sehr schön. Und den Besoffenen hier mitnehmen. So, schwingt die Hufe. Wir gehen jetzt runter und dann schnurrstrakse durch. Hey, da ist irgendwas. Wie wäre es, wenn Sie ein Bild davon knipsen, Herr Fotograf? Perfekt. Nicht schubsen. Da rüber. Und das gibt EP. Perfekt. Oh, das geht richtig, EP. Auf geht's. Oh, der Besoffene kann ja auch laufen. Ne, der ist langsam. Komm mit. Jetzt müsst ihr euch ein bisschen sputen. Schön dran vorbeilaufen. Auf geht's. Kommt in Wallung. Im Kosmetikladen in der Wonderland Plaza hängt ein Kerl rum. Der sieht nicht gut aus. Und nochmal zurück. Was ist genau hier ums Eck? Jetzt haben wir die eine da stehen lassen. Ernsthaft? So, kommen alle zurück zur Tür. Alle hier hin. Genau. Ihr bleibt jetzt hier eben stehen. Ich gucke mir das eben an, was da los ist. Da stehen bleiben. Nicht weglaufen. Leeroy. Leeroy. Alter, das gibt's doch nicht. Haut doch ab hier. Und du kommst jetzt mit, ohne diskutieren. Leeroy Jenkins. Nicht rumjammern. Lauf hin. Und den Persosky eben mitnehmen hier. Ich muss nämlich aber keinen mehr mit. Schön schnurstracks hinterher. Nicht diskutieren. Alle noch volles Leben. Das sieht gut aus. Zumindest geben die Hacken gold. Hab ja schon langsamere hinter mir gehabt. Scheiße. Auf geht's. Komm hier rüber. Scheiß dich doch nicht ein. Lauf. Mir nah. Mir nah. Mir nah. Lass ich gucken, dass die mich gleich nicht über den Haufen fahren. weiter, 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 weiter. Schön an der Mauer entlang. Und die KI nehme ich ein bisschen Probleme da. Uns hier zu finden. enda. Nimm die. Holgas. Der fährt dich platt. Das ist ja scheiß Häftlinge. Die gehen mir so auf den Sack, ne? Wobei ich eigentlich der Meinung bin. Jetzt bleibt die Debbie da schon wieder stehen, oder was? Jetzt aber ran hier. Komm doch hier rüber. So, jetzt aber. Jetzt, 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 jetzt. Jawohl, rein. Guck mal, die schön leer. Perfekt. Genug Leben haben die Penner auch noch. Auf geht's! Hey, da ist irgendwas. Wie wär's, wenn Sie ein Bild davon knipsen, Herr Fotograf? Nein, zurück. Nix gut, diese. Jetzt haben wir den Eingang aber frei. Mimi, auf geht's! Kommt näher. Hör auf, das Ding zu schubsen. Komm mit. Mimi, auf! So, ihr wartet hier. Ich komme gleich wieder. Da, rüber! Bleibt der liegen? Los! Nächster. Ich hab beim Metzger Fleisch geholt, aber irgendwas war damit nicht in Ordnung. Da, rüber! Los! Oh, nee, ohne. Ich bin zurück. Hey! Mir nah! Los! Was Großes hier? Gar nicht, wa? Mittlerweile habe ich ja genug Leben, dass ich mir das erlauben kann, Herr, wa? Auf geht's! Ist die Jill gar nicht mitgekommen? Ey, das gibt's nicht. Ach, die ist doch selten dämlich. Komm ran da. Ach, das ist der Besoffene. Ja gut, das kann ja auch nicht hinhauen. Nimm hier alles zurück. Oh! Auf geht's! Und mal den Abschnitt auch gleich fertig. Oh! Noch mehr EP. Ich bin wieder nüchtern. Jetzt darf ich nochmal ganz von vorne anfangen. Das gab ja mal richtig. Inventar erweitert. Keine ernsthaften Verletzungen. Aber ich kann nicht erkennen, ob sie gebissen wurde. Behalten wir sie besser im Auge. Ist da irgendwas passiert? Ach ja, mit dem Opa. Da war ja Ratz. So. Vorsichtshalber mal Speichermann. Weiß hier nie, ne? Isabella! Tut mir leid. Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht auf dich schießen. Letzter Ausweg. Was meint ihr Bruder damit? Er hat gesagt, wenn's hart auf hart kommt, jagt er die Maul hoch. Scheiße! Was wird das? Ein Selbstmordattentat? Das ist noch nicht alles. Die Explosion würde Parasitenlarven in die Atmosphäre blasen. Die sollen sich auch außerhalb der Stadt verbreiten? Ist er verrückt? Wenn das passiert, können wir einpacken. Die Zombies wären überall. Er hat vor den Bereich unter der Maul mit brennbarem Gas zu fluten und es dann zu entzünden. Wenn wir die Bomben entschärfen, solange die Gaskonzentration niedrig ist, können wir die Explosion vielleicht verhindern. Dann los. Oh boy. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.